Seit vielen Jahren geht NBSB, Beatrice Egli in BSP, mittlerweile als Single durchs Leben. Ihr Beziehungsstatus ist für die Sängerin kein Grund zur Traurigkeit. Dennoch wünschen sich ihre Fans für die Idol eine tolle Liebesgeschichte. Kein Wunder also, dass die Aufregung jedes Mal groß ist, wenn sich NBSB, Beatrice Egli in BSP, mit einem Mann an ihrer Seite zeigt. Beatrice Egli zeigt sich mit Schlagerkollegen und die Fans kennen kein Halten mehr. Auf der Instagram-Seite von Ich-Find-Schlager-Toll haben Beatrice Egli und Iloyde Jong ihren Auftritt bei RTL-UP angekündigt. Am Donnerstag, 20.15 Uhr, empfangen die beiden ihren Schlagerkollegen Jürgen Drews. Gemeinsam präsentieren sie ein Ranking der beliebtesten Schlager-Cover. Als kleines Schmankerl gibt es zudem noch interessante Geschichten aus der Schlagerwelt, wie RTL-UP.de auf Instagram ankündigt. Als Moderationsduo kommen Beatrice Egli und Iloyde Jong super an. Bin dabei. Schade, dass es die letzte Folge dieser Staffel ist. Ich hoffe, Beatrice und Iloy dürfen die Show weiter präsentieren, schreibt beispielsweise ein Feen. Freue mich wieder auf Beatrice und Iloy, schreibt ein anderer und versieht den Kommentar mit einem Herz. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal für mehr Videos und lasst ein Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video.